Was sollte ich über die Identifizierung von Bakterien wissen? Die Identifizierung von Bakterien ist ein Prozess, mit dem die Identität bestimmter Bakterien identifiziert werden kann. Es ist ein wichtiger Teil der medizinischen Behandlung, da viele Behandlungen stark von der Identität des Organismus abhängen, der ein medizinisches Problem verursacht, und es ist auch ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Forschung. Bei der Identifizierung von Bakterien werden eine Reihe von Techniken verwendet, und es werden ständig neue Techniken entwickelt, während die Menschen mehr über Bakterien erfahren und neue medizinische Geräte entwickelt werden. Der erste Schritt bei der Identifizierung von Bakterien besteht in der Herstellung eines Visolats, einer Arbeitsprobe der betreffenden Bakterien. Isolate beginnen mit einem kleinen Tupfer der vermuteten Bakterien, die einem Patienten oder einem Gegenstand entnommen wurden. Das Isolat wird hergestellt, indem ein Wachstumsmedium gefunden wird, das die Bakterien unterstützt, und genügend Bakterien für die Untersuchung erfolgreich kultiviert werden. Dies kann eine echte Herausforderung sein, da Bakterien sehr wählerisch sind und nicht in jedem Medium wachsen. Es ist auch wichtig, das Wachstumsmedium oder die Probe nicht zu kontaminieren, da dies zu verwirrenden Ergebnissen führen kann. Sobald ein Bakterium kultiviert wurde, kann eine Vielzahl von Werkzeugen verwendet werden, um Hinweise auf seine Identität zu geben. Eines der grundlegendsten ist ein Gramm-Farbstoff, der Bakterien unter Verwendung eines chemischen Farbstoffs in Gramm-positive und Gramm-negative Bakterien aufteilt. Andere Flecken können verwendet werden, um den Kontrast zu erhöhen, so dass die Bakterien unter dem Mikroskop besser sichtbar sind. Die visuelle Identifizierung unter einem Mikroskop kann üblicherweise mit bekannten Bakterienarten durchgeführt werden, insbesondere mit solchen mit einer bestimmten Form. Das bakterielle Identifizierungsarsenal enthält weitere Werkzeuge. Ein Forscher kann serologische Verfahren anwenden, bei denen eine Probe unbekannter Bakterien verschiedenen Antikörpern ausgesetzt wird, um zu sehen, ob es eine Reaktion oder eine Gensequenzierung gibt, bei der der genetische Code eines Bakteriums aufgedeckt wird. Die Gensequenzierung kann auch verwendet werden, um zwischen zwei eng verwandten Bakterienstämmen zu unterscheiden, die Informationen darüber liefern, warum ein Stamm auf einen bestimmten Verlauf der Medikation anspricht, während ein anderer dies nicht tut. Reaktionen auf verschiedene Chemikalien und Reize wie ultraviolette Strahlung können ebenfalls untersucht werden. Die Identifizierung von Bakterien wird klassisch in einem Labor durchgeführt, da die Labore über medizinische Geräte, Chemikalien und Werkzeuge verfügen, die im Zuge der Identifizierung der Identität eines Bakteriums verwendet werden können. Einige Labore sind auf die Kultivierung und Identifizierung von Proben aus Krankenhäusern und medizinischen Kliniken spezialisiert, während andere sich auf die Forschung konzentrieren und Proben von neuen und unbekannten Bakterien identifizieren, um sie zu klassifizieren. Die Laborumgebung wird streng kontrolliert, um eine Kontamination und versehentliche Infektion von Laboranten zu verhindern. Besonders virulente Organismen werden in Hochsicherheitslabors untersucht, die den Wissenschaftlern mehrere Schutzschichten bieten.